Nummer 6, 97 Punkte, gut! Nummer 16, 77 Punkte! Viel Glück wieder! Ich weiß, dass du das von mir gewinnst! Nummer 83, 112 Punkte! Nicht schlecht! So ein Kindergarten! Nummer 84, bitte nachbarn kommen! Hey, ne Frau, knackige Schnalle, mit der würde ich ja zu gerne kämpfen! Hey, Süße, ich hoffe, du brichst dir keinen Nadel ab! Also dann, lass den Apparat heile, versprochen! Ich pass auf! Das sind ja 774 Punkte! Sekunde mal, das kann gar nicht stimmen, meine Dame, bitte warten Sie einen Moment! Voll C18, genau das habe ich gerade gemeint! Halt die Klappe, ich habe das Ding nur leicht angestupst, okay? Jetzt ist alles wieder in Ordnung, bitte noch einmal, meine Dame! Das wären dann 203 Punkte! Die Nummer 85 hat 192 Punkte! Nummer 86 hat 186 Punkte! Nummer 87, 210 Punkte! Lassen Sie sich was einfallen, der Schlagkraftmesser ist immer noch kaputt! Ich glaube, das Beste wäre es, wenn Sie einen neuen holen! Geht klar! Aus dem Weg! Was? Unglaublich! Vegeta hat wohl wieder mal schlechte Laune! Ja! 3,000 Punkte! dayt�! majesty! Waiting! Ich glaube, das war mit Ihnen! Das war er hier! Ich glaube, ichANNA vorher rightsangres! So kann dich nicht! Ich glaube, das war gerade noch nicht so dann! Ja!